Hi, ich bin Janik, 27 Jahre alt, Sportwissenschaftler, Ernährungsberater, trainiere selbst seit 10 Jahren, bin seit 4 Jahren als Trainer tätig und habe mich als Personal Trainer auf den Bereich Ästhetik spezialisiert, das heißt Muskelaufbau, Fettabbau, das heißt, wenn du gesunden Muskelaufbau erzielen willst, auf eine gute Weise, auf eine spaßige Weise, dann komm zu mir ins Personal Training. Ich würde mich freuen, ich hoffe du auch. Bis zum nächsten Mal.